aber was ich bis jetzt sehe ist einfach nur mega geil was glaube ich ich weiß nicht was glaubt ja doch glaube ich schon also ich war ja in dem game schon drin was ja ich habe doch die stufe 50 gespielt die stufe 50 das endgame habe ich gespielt ja ich hab's gespielt natürlich das ist doch gar nicht erwähnt dass du das gespielt hast ja sonst hätte ich dir doch nicht sagen können dass es ein addon ist ja ich hab's aber gestern nicht gefunden als ich es gesucht habe ich habe es gespielt ja selbst das tutorial habe ich gespielt aber du bist halt stufe 50 glaube ich anscheinend oder so ich weiß es nicht ich bin nicht weit gekommen weil ich halt einfach ja einstellungen und so machen musste ist irgendwo oben auf dem dach ach ein ach ab 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 auch ab Covid 0 Okay, es ist sehr sauer. Aha, man kommt nur durch einen Schacht rein. Aber durch welchen Schacht kommt man da rein? Ja, auf jeden Fall nicht. Nein, ich will nicht mit dir Kuh spielen. Ehrlich nicht, sorry, das war nicht übel, aber hab ich echt keinen Bock gerade. Ich such gerade einen Zugangspunkt um da rein zu kommen. Aber nicht, er hat es gefunden. Ja, natürlich, oh mein Gott. Richtiger Dude. Was, ich bin Stufe 2? Nein. Ja, wie willst du da hinkommen? Da kommt irgendwie keiner hin, ne? Ja. Ja. Ich bin nur zugerissen von dem Jumper. Ja, aber wie kommt man denn da rein mit dem Jumper? Kommst du halt echt nicht rein? Ja. 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 Ja, ich bin geradeαν. Ja. Da Ja, TRAIN. Okay. Das ist echt problematisch, Alter, wie kommen da gar... Wie willst du da mit dem Jumper hochkommen, Alter? Alter, lief das Spiel auch so geil bei dir? Jein. Jein. Inwiefern, Jan? Jein von dem her, dass ich erst mal so Ultra-Einstellungen machen musste und es trotzdem beim Campen dann gelaggt hat wie Sau, also geruckelt. Ja, okay. Das habe ich bis jetzt nicht. Ich habe noch gar keine Einstellung gemacht. Ja, das ist eben das Problem gewesen. Das ist halt ein bisschen dämlich dann. Ich glaube, ich... Du musst unbedingt mal schauen, ob die 1050 anbleibt. Oh ja, er hat genau dasselbe vor wie ich, lol. Ja, das muss ich mal schauen, wie gesagt, wenn ich mal wegkommen würde. Wenn nicht kaufe ich mir einfach... Wenn nicht kaufe ich mir eine neue. Nein, du musst die tausend Pupsinger holen. Wäre zu schade, die wegzulassen. Ja, ich muss ja eh irgendwann umziehen. Die habe ich dann schon. Ah, kannst du vergessen. Ich brauche etwas Größeres. Nein, ich möchte etwas Größeres. Ah, schön zu mir. Komm, 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 komm. Gut. Hey, hier gibt es wohl einen Notfall. Was? Was? Die Polizei ist unterwegs. Bitte bleiben sie ruhig. Danke, Herr Mike. Jetzt spring doch hoch, probier doch hoch zu springen Junge. Nee, geht immer noch nicht. Nein. 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 Warte mal. Nein, du musst... Hör vor, du Trottel! Ich muss ihn rein fahren. Ich fahr ihn rein! Nein, noch ein Stück zurück. Oh! die hölle mein mann doch noch ein strecken zurück das wollte ich nicht wie komme ich denn da hoch shit steigst du jetzt mal ein hat dann machen die dinge jetzt hoch hallo warum kann ich die dinge das bringt nix die shit ist das ding wegfetzt werden fahren man halte mal holen Dummer, bist du? Was ist da so your question? Das sieht doch schon besser aus. Was? Nein! Nein! Nein, das fehlt Millimeter! Null! Oh, komm schon! Shit! Oh, ja, moin! Alter! Ach, das ist doch zum Kotzen! Vielleicht hätte ich einen Quer rein fahren müssen! Was? War unsensibel, ich weiß! Sorry, Mann! Ja, komm, mach, mach, mach! Komm, komm, komm! Mann, was machst du denn? Das könnte klappen! Das könnte tatsächlich klappen! Naja, das klappt immer noch nicht! Du! Gott sei! Nein! Kommst du auch nicht hoch, denke ich mal! Ich denke, wenn du nicht direkt ums Weg sitzen würdest, wäre das echt praktisch, aber... Du kommst da gar nicht hoch, wie willst du denn da hochkommen? Du hast ja vergessen! Da kommst du nie im Leben hoch, wie willst du da hochkommen? Jetzt könnte man hochkommen! Warte! Warte! Du kommst ja gar nicht hoch! Du kommst ja gar nicht hoch! Wo willst denn du hin? Uff, Alter, der hat mal einen Buß gegeben! Warte! Hm! Da gibt auch nicht auf! Hat er keinen Bock! Ich hab noch eine andere Idee! Okay! Das wird nicht funktionieren, glaube ich! Man müsste die Autos da so ein bisschen übereinander stapeln, aber das geht nicht! Ich hab noch was dran vergessen! Wie willst du denn da reinkommen? Ich hab noch was dran vergessen! Wie willst du denn da reinkommen? Was ist es? Ich hab noch was dran gemacht! Wie kann ich das rein? Wo wars? Warte! Warte! Autos ضaju! Ich hab noch nie. Warte! 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 Schiff, weg! Was war das? Ich habe mich gekillt. Was war das? Null. Wir berufen, dass sich in Ihrer Nähe eine oder mehrere mögliche Zielpersonen befinden. Was war das? 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 Zentrale! Eine Einheit hat es gerade erwischt! Nein, komm! Zentrale! Unser Steuerungssystem wurde gestört! Es wurde eine feindliche Person in Ihrem Bereich gemeldet. Zentrale, wir drehen um. Ein SUV wurde dem Verdächtigen hinterher geschickt. Wir sind hier und halten ausschauen bei dem Verdächtigen. Zentrale, wir brauchen hier Luftunterstützung! Zentrale, wir haben ihn aus den Augen verloren. Wir suchen weiter! Bestätigt, eine SUV ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Der Verdächtige kann nicht weit sein. Treiben wir ihn raus! Zentrale, wir sind vor Ort und suchen den Verdächtigen! Wir haben ihn aus dem Weg zum Verdächtigen! Die Zentrale, ihr spricht hier einer vor Ort! Schreibt eine Fahndung aus! Zentrale, der Verdächtige ist weg! Aber wir geben noch nicht auf! Unsere Steuerungssysteme rückzentrale! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020